ja bei 20 sekunden ja ich glaube zwei minuten kommt bei mir auch gut hin aber 20 sekunden ist natürlich aber es stimmt wirklich das hat sie gesagt hat er auch keine ahnung er fand sie irgendwie gar nicht so heiß und dann hat sie in die ganze zeit angegraben und dann hat er halt weiß wie schnell einmal drüber und danach hat er behauptet er muss rasen werden hat sie rausgeworfen ja beim ersten mal du siehst das feuchte loch auf einmal platzt schon fast herzlich willkommen bei der exaktivität okay aber auch wenn ich in meinem Weg mit alter mit einer mit einer Ohr ich hab ihn nicht gesehen ist dauernd noch eine, noch eine die planten die Bombe wurde platziert Atrium, Asport irgendwo, Irgendwo Asport Nice, Max, nice Spielt ohne Totenstelle Habe ich jetzt nicht gehört Hä? Hast du es nicht gehört? Die da rumgetrammelt? Nein, die da rumgetrammelt ist nicht Die da rumgetrammelt da vorne Brr 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 Hey Pipi, ja man Okay So klingt das, wenn ich hier besoffen nach Hause komme Oder Eine A, eine A, eine A Weiß ich, ich hab schon meine Nades gezogen, scheiße, Timo geh weg Nein! Oh Gott sei Dank Ja, zwei vor Die letzten beiden M.B.A. oder was? Angehörig Die sind wieder zurück, die sind wieder zurück Ja, die sind wieder in Gang Ich bin Asport Da bist du blinkt, dann schlägt sie dir Oh Mann Das irritiert mich, wenn einer mich zulabert Ich hab dir zugedacht Ich hab gesagt Das ist einfach weg gelaufen Ich will den Analogstick wieder hochdrücken Denn in meinem PS3-Controller ging das Die Bombe wurde platziert Ah Ah Ich... oh ne prinzenrolle ging eins wir haben die runde verloren aber nicht Ach, sorry. Seitenwechsel. Der heißt ja purer Reflex, Alter. Wir suchen und zerstören. Das Ziel zerstören. Wir haben die Bombe. Zum Gang hoch. Hinter dem Pedo. Oh Mann, warum glaubst du mich denn? Ja, oh Gott. Der, der Stange steht hier. Überall, ja? Die Bombe wurde platziert. Fortgemacht, Ghost. Beleid machen für die nächste Runde. Super, Timo, super. Timo sagt doch nicht, Timo spielt einfach. Nein, nein, ich hab's nicht gesehen, was. Oh, Koffer, Koffer, Koffer. Zweiten Wechsel. Hast du den gesehen? Wie lange ich ihn in der Hand hatte? Wir suchen und zerstören. Oh. Das Ziel verteidigen. Oh, eine Bärmitte defensiv. Eine Mitte. Oh, der hat mich auch. Alter, wie sinnlos. Der ist immer noch oben gegangen. Hä, lol. Was? Ey, jetzt ist... Das ist lächerlich, Mann. Ja, gib mir jetzt den Headshot, Mann. Ja, gang einer, Info. Nee, das war der. Ja, das war nicht der. Der hat... 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 Der hat.... Ganzen holt. Ne? Regeneration, felle Regeneration. Ist das nicht verboten? Nein, ist nicht verboten. Wir suchen und zerstören. Jetzt kommt, Jungs, anstrengend. Das Ziel zerstören. Ja. Wir haben die Bombe. Aber die läuft gerade nicht. Dankeschön. Bitte. Ich hab's zu legen. Ich hab vorne. Die Bombe wurde platziert. Medo, hab ich. Hinten. Ein Erlauben. Ah. Push mal in den Gegend�, bitte. Boah, man. Yo, ich push mit. Wo willst du hin? tunnel ja dann push ich auch dann geh du über treppen und ich gehst du bis bald ja rechts runter und guckst dass sie nicht rausspringen ja rechts runter und dann nur tunnel gucken der tunnel auch wie schnell ich staun bin das ist so sinnlos man das gibt es nicht man der hat mich hinten die chillen da zu zweit bäcker posi alter machte denn mädels ja das war verkackt gescheiße gerade büche die zeit wird knapp ich glaube schon ich glaube Zauber. Super. Mehr Timo mit 11 zu 2. Ja. Ich bin schon wieder Team-Dash-Witch. Zeitenwechsel. Wir suchen und zerstören. Das Ziel zerstören. Wir haben die Bombe. Zauber. Weiter so. Bis dann Timo. Weiter finalmente zu Ende. Ich ist gut angehittet. Ich hab den da nur angehittet. Das war jetzt voll sinnlos. Dann ist der beim B schon vorne. Was macht dis denn als WEBS? Das war echt komisch. gerade ein ich spring da gerade oben und da kommst du da angeschwungen ja aber Kater war der ganze Zeit da ne weil, na sonst geht der wohl immer auf die Treppe und jetzt kann der eben aus dem Gang wieder vorkommen ja weil die Kater ist der Kater aus dem hast du gesagt du weißt ich mein Gegner ist deshalb ja wenn du ihn geflasht und ich ihn geflasht hab und dann musst du ihn nicht wo hin doch nichts kommt alter ehrlich das Ziel verteidigen wir sind noch 3 irgendwie wir sind noch zur dritte eine A ja durch ne zurück es ist zu ok Schmidt ist offen oh ich häng fest oh ich häng fest mann jetzt denkt alles von dir ab der Trupp die Zeit wird knapp ja echt ärgerlich oh 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 das würde mich ja jetzt ärgern als Gegner Alter nice haha hab ich mir das Schreiben immer erlaubt hier echt jetzt ja das dachte ich mir das verraten können wir jetzt mal bitte ganz normal so wie immer spielen Max ich challenge nicht du channelst nicht channelst nicht channelst du? ich kann schon nicht mehr reden ha 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 kuchen und zerstören oh vielleicht kille ich ein Team und diesmal auch nicht wir haben die Bombe wäre sehr nett natürlich von Vorteil ne dann vorne wieder dann wird einen angehittet bei der Flashbude Flashbude diesmal ist aber tot ja hinten kommt einer lang Zeit übrig noch ne eine 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 das ist der Backup also hinten bei A war der wieder zurückgelaufen ich hab PEDO von der E-Küche ich hab trotzdem PEDO ich hab PEDO 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 ich hab PEDO 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 der ist echt bei der Bombe lol lol echt jetzt? er ist grad hingelaufen er ist grad Alter wir abgefahren Ende schau ich hab noch da mal vor allem ne der ist ja von A hinten rumgelaufen bis dahinten muss eben PEDO 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 ich hab mir souverän 3 Kills